Hallo Leute, heute möchte ich mal wieder ein Video zum Thema Mining machen und zwar geht es um das Thema Lohnen sich die neuen RX Vega Karten zum Mining? Ja, ich bin wirklich sehr sehr häufig gefragt worden, wie schaut es mit den neuen Vega Grafikkarten aus? Eignen die sich zum Mining? Ja oder Nein? Ist das eine Alternative zu den Minern von Bitmine Tech, also dem Antminer D3 oder dem L3 Plus? Und das wollen wir in diesem Video für euch klären. Ich denke am verständlichsten kann man die Zahlen verstehen, wenn man sich das Ganze am Rechner direkt anschaut und das Ganze dann auch mit Rechnern belegen kann, ob es sich derzeit lohnt oder nicht. So, dann schauen wir uns doch mal direkt die Werte an. Wichtig, die Werte habe ich jetzt nicht direkt von den offiziellen Zahlen übernommen, also die, die am Anfang rausgekommen sind, als die Grafikkarte rausgekommen ist, denn es gab nochmal Anpassungen, neue Treiber und so weiter. Deswegen sind das schon Zahlen, die ich irgendwo aufgeschnappt habe, ja. Die man auch so nachvollziehen kann. Ja, da hatte ich für ETHash 43, ja eigentlich 43,5, aber so ungefähr 43 Megahash bei einem Verbrauch von 130 Watt. Also für die stärkere RX Vega Karte, also die RX Vega 64 und für ETHash hatte ich 480 Hash die Sekunde. Eine Wattanzahl konnte ich dazu nicht finden, deswegen habe ich mal 250 Watt genommen. Wir sind ja bei den offiziellen Zahlen bei rund 270, 280. Aber ich bin jetzt auch mal von etwas weniger ausgegangen, weil die Zahlen auch nicht so super aktuell waren. Schauen wir uns die Zahlen hier in dem Rechner an. Dann sehen wir, wir machen bei ETHash nur 30 Cent Profit am Tag, ja. Wichtig, 28 Cent pro Kilowattstunde, ja das sind Dollar und keine Euro, ich weiß. Und 1,10 bei ETHash. Ja, ich glaube hier zahlt keine 28 Euro Cent in Deutschland, deswegen passen ungefähr 28 US Cent schon. Ja, also 1,10 kann man ungefähr rechnen. Bei diesem krassen Preis von 681 Euro momentan sind wir also bei 619 Tagen, die wir bräuchten, damit sich die Grafikkarte in irgendeiner Form wieder verdient hätte. Das sind, ja, verglichen mit den etwas älteren Zahlen der RX 470 oder 480 extrem schlechte Zahlen. Was schlussfolgert sich also daraus? Ja, die neuen RX Vega Karten sind nicht gerade profitabel. Ganz wichtig zum aktuellen Zeitpunkt, da kann sich natürlich noch was tun. Das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, wenn es wieder neuere Treiber gibt von AMD oder es irgendwie geschafft wird, das Ganze nochmal besser anzupassen oder ein neuer Algorithmus erscheint, der einen guten und wertvollen Coin mein lässt und wo die RX Vega besonders gut drin ist. Ja, dann kann es durchaus sein, dass sie sich doch lohnt, aber zum aktuellen Zeitpunkt kann man sagen, dass sie sich einfach überhaupt nicht rechnet, ja. Also schauen wir mal, wie es gerade bei der RX 470 ist. Die Traum-Mining-Grafikkarte, zumindest war es mal so eine, da machen wir nur noch 24 Cent am Tag laut aktuellem Nice-Hash-Rechner bei 25 Euro Cent pro Kilowattstunde. Also an die alten Zahlen kommen wir ja schon lange nicht mehr dran. Deswegen, ja, Grafikkarten-Mining ist derzeit schwierig, sag ich mal. Ich würde fast sagen, momentan gänzlich unprofitabel, zumindest hier in Deutschland. Deswegen kann man sagen, der D3 und der L3 Plus von Bitmain Tech sind momentan noch alternativlos, also es gibt keine Alternativen zu diesen zwei Minern. Für die Leute, die jetzt nicht mehr auf den D3 warten wollen, weil ich glaube, mittlerweile muss man schon bis Ende November oder sogar Dezember warten, wenn man denn überhaupt mal vorbestellen kann, werde ich euch hier mal links von Amazon und Ebay reinpacken. Da gibt es nämlich sogar welche, die sofort verfügbar sind. Klar zahlt man da extrem hohe Preise, aber, ja, wenn ihr nicht warten wollt, jetzt momentan könnt ihr definitiv am meisten damit verdienen. Und ich bin auch oft gefragt worden, kenne ich den Seiten, wo man gerade welche bekommt? Ja, da schaut man natürlich erst mal nach den üblichen Seiten, also Ebay-Amazon. Ich mache es euch erst mal in die Beschreibung. Ja, sollte sich dort was am Grafikkartenmarkt oder am Minermarkt tun, dann werde ich das natürlich wieder in einem neueren Video behandeln. Ihr könnt mir natürlich auch erst mal eure Meinung zu der ganzen Sache in die Kommentare schreiben. Seid ihr gerade dabei, mit eurer Grafikkarte zu meinen oder habt ihr das gänzlich aufgegeben? Ähm, habt ihr denn einen D3 bekommen oder einen L3 Plus? Und wie läuft die ganze Sache so? Könnt ihr mir einfach mal in die Kommentare schreiben. Ja, Leute, das war's soweit mit dem Video für diesen Sonntag. Hat mich wirklich gefreut, dass ihr zugesehen habt. Sofern euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Sofern das das erste Video ist, was ihr von mir seht, freue ich mich natürlich auch immer über neue Abonnenten. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Und wir sehen uns spätestens nächste Woche, Samstag oder Sonntag wieder. Bis dann, Leute. Ciao! Bis dann, Leute.